Hallo, ich bin die Tanja. Das ist mein Fashion Truck. Neben meinem Glauben ist es das Größte für mich, Menschen glücklich zu sehen. Da ich seit über 20 Jahren mit Leidenschaft Mode verkaufe, hatte ich viele Situationen, in denen ich Menschen mit meiner Mode inspirieren konnte. Wenn ich euch neugierig gemacht habe, könnt ihr meinen Fashion Truck inklusive mich buchen und wir verbringen einen schönen Tag oder Abend wie unter Freundinnen. Zum Beispiel an einem Mädelsabend, Junggesellenabschied, Firmenfeier, Geburtstage oder einfach eine Shoppingtour mit einem Gläschen Sekt und schöner Musik. Weitere Standorte wie Events, Messen, Märkte, in denen ich euch spontan in ganz Deutschland besuchen werde, gebe ich euch noch frühzeitig auf meinem Instagram Account bekannt. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen.